Bei Martha und Maria Eine Geschichte aus dem Leben Jesu Jesus kannte drei Geschwister, Martha, Maria und Lazarus. Eines Tages besuchte er die drei. Martha war damit beschäftigt, Essen zuzubereiten. Maria hingegen saß bei Jesus und seinen Freunden, den Jüngern. Sie hörte zu, was Jesus erzählte. Nach einer Weile fragte Martha Jesus, Jesus, sag doch Maria, dass sie mir mal in der Küche helfen soll. Sie sitzt ja nur untätig rum. Jesus erwiderte, Martha, du machst dir um so viele Dinge Sorgen, aber es gibt nur wenige Dinge, auf die es im Leben wirklich ankommt. Maria hat sich dazu entschieden, von diesen Dingen zu hören und davon werde ich sie nicht abhalten. Ich habe sie nicht abhalten, bin Ona. Okay, ich freue mich auf deinem Grund,